Ja, im Oktober, es ist wieder soweit, die WNR stellt ihr Programm direkt. Über hundert Filme gibt's jeder zu sehen. Ja, es wär und die Freude, die ist riesengroß. Für Stunden sitzt man da und diskutier'n, wie man unsere Plümmel arrangiert. In meinem Kalender ist kein Platz mehr frei. Ah, jedes Jahr wieder, wie in alle Ticket-Blows. Die Auswahl ist getroffen, die Erleichterung ist groß. Ein Mail wird unseren Freunden zugelost, liebe Leute. Wollt ihr vielleicht womit? Komm, wir stellen euch gerne Karten, weil heute keinem Ansatz. Alles haben wir schon, probiert in aller Hergut's früh am Schum. Da kommt ihr da unsere Handys, wann wir missbraucht. Doch die Hotline zu reichen, ist ein Krasi-Hotten, wie in alle Ticket-Blows. Übers Internet, da braucht man gar nicht rein. Da haben wir letztes Jahr ein Zusammenbuch erlebt. Und das kann passieren, gar nicht mehr frag. Hast viel mehr kann man lernen, als hätt' ich heut glaubt. Wie Sonntag, und bald ist es soweit. Mein Rechter und mein Letter, die stehen schon bereit. Die Atomzeit-Uhr auf meinem Schirm. Die haben 999-Seite aktualisier'n. Ich hab' den, wie in alle Ticket-Blows. Die Tickets sind in meinem Bank-A-P-Servier'n. Doch der Server ist überlastet. Und ich bin leicht prostiert, nach Jahren an Erfahrung, soll doch das Beste möglich sein. Wie in alle, stop wasting my time. Nach über 4 Stunden, meine Finger sind passiert. Hab' ich meine Tickets doch noch akquiriert. Liebe wie in alle, für nächstes Jahr. Lass' net, ich lass' des Zweck. Also, mit einem Schirm und meinem Schirm dass ich etwas meetings назад habe. Wie aus Ihrem Zweck